Hallo und herzlich willkommen zu Kreativhase. Ich bin Tanja, eure Ansage trulalala. Freut euch auf ein weiteres Abenteuer mit euren Gastgebern die YouTuber Neotracks, Herbeer und die reizende und herzallerliebste Little Miss Louise. Als pünktlicher Mensch steht man sehr viel rum und wartet. Ja. Ist so. Ja, ist nochmal so, ne? Ja. Also, keine Ahnung, ich spreche da jetzt nicht aus Erfahrung, ne? Ja, schick. Süß klein geworden. Drei Tiere hab ich schon. Sehr gut. Ja, hier ist auch genug Licht drin. Ich muss sie nur drin behalten. Ja, so. Jetzt bin ich doch glatt an meinen Monitor rangekommen und hab den Kontrast falsch eingestellt gehabt. Oh nein. Da, 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 da. Ja. Wollen wir mal gucken, wer hier so gebaut hat? Ja, da. Lass die Krabbe drin. Lass die Krabbe drin. Lass die Krabbe drin. Bleibst du drin. Bleibst du drin. Bleibst du drin. Bleibst du. Mach dich zu zu. Entschuldigung. Du hast Carla rausgelassen. Entschuldigung. Ich muss das nicht machen. Das Bärchen hängt an seiner Carla. Entschuldigung. Oh Mann, der Gustav möchte auch rein. Hat der mit Stone Slaps? Ah ne, warte, ich kann es selber machen. Wenn unter Capri die Sonne im Meer versinkt. Warum weiß ich den Text eigentlich? Es heißt jetzt Capri Sun, nicht mehr Sonne. Wenn über Capri das Meer die Son untergeht. Wenn über Capri die Sonne im Meer versinkt. Warum weiß ich den Text? Wenn über Capri die Son über dem Meer versinkt. Genau. Das ist aber komisch mit Son. Ja, tut's auch. Besonders ich frag mich ja, wie die auf den Trichter gekommen sind, das auf einmal zu machen. Ja, weil Deutschland das einzigste Land war, wo es Capri Sonne hieß. Selbst in Österreich, Schweiz, heißt es Capri Son. Haben die Angst gehabt, dass wir uns gemobbt fühlen oder so? Nein. Die Produktion Capri Sonne wurde extra nur für Deutschland produziert, dieser Aufdruck und die Tüten und so weiter. Und das war denen dann zu teuer. Ich hab das Pöbel zu verloren. Also der Bauernhof hier sieht echt gut aus. Ja, hat was, ne? Also ich muss sagen, die Tiere sind ganz schön verbatnt. Vielleicht. Die springen von einem Fleck zum anderen? Weißt du, was jetzt noch cooler wär? Was denn? Was denn? Wenn man in diesen Zwischenraum hier, ne? Zwischen Slap und... Aber es geht ja leider nicht. Ne, weil das doofe ist, wenn ich jetzt hier wegmachen würde... ... hättest du trotzdem den Abstand. Sein Abstandhalter. Ja, schien, schien, schien. Schick, 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 schick. Mhm. Ich durfte es, du kannst die Tiere nicht hochschubsen, also keine Treppen hochschubsen oder schubsen. Das geht nicht. Das machen sie nüs. Mhm. Ich mach jetzt die Arche Neo von jedem Zweck. Das war dann die Arche Noah. Ja. Doch. Ja, aber das ist jetzt die Arche Neo. Kein Upgrade, nicht mehr Tiere drin. Nein. Nein. Andere Tiere. Andere Tiere. Andere Tiere. Ab einem gewissen Punkt fängt das Bärchen immer an zu sehen. Ja. Das gab es manchmal acht. Nein. Fast. Nein. Doch. Das sind so Schlagwörter. Ich hau, ich hau, ich hau. Gib mir mal ein Schlagwort und so. Papa. Aber sie bleiben bis jetzt noch in ihrem Gehege drin. Ja, schauen wir mal, wie lange. Ach, guck mal, Pix. Ja, weiter, weiter, weiter. Nein. Sollst du da hinlaufen. Geht doch. Nein. Pixies sind blöd. Sag die, die drei Stück hat. Ja. Sorry. Oh, da war ein Echo. Was? Da war gerade irgendwo ein Echo. Bei einem von beiden. Pixie ist schon wieder weg. Lassen wir sie mal glauben, ne? Es gab kein Echo. Hm, Pixie ist weg. Ja, wir lassen sie einfach mal in dem Glauben. Pixie. Und da. Und da. Oh, es geht freiwillig rein. Oh, guck mal. Weiter, 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 weiter. Tür zu. Gab's nicht überhaupt? Ja, ja, klar. Nein. So. Ist ja auch einfach mal gar nicht drauf reingehend. Ja, das ist geil, oder? Ich halte mich doppelt. Ach doch. Ist schon gut. Ich habe auch nicht schon die Kontrolle. Ich habe nur ein zweites Lefi. Nein. So was? So wie manche in den Chats Ignore-Button hat, hat sie es im Kopf. Ja. So ein Ignore-Kippschalter. Klick. Hihihi. Ah ja, ja. Schön. Das ist auch so komplett durchgezogen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Darf ich doch sitzen? Oder 16. Oder hast du den Schatz nicht mitgezählt? Gibt es bei nachts keine Leafies? Bei nachts? Bei nachts können die Leafies? Natürlich nicht. Hm. Ich seh das. Wie schlimm. Boah, dreh dich! Was machst du hier? Bauen? Ja. Niesto. Der Neo. Bauen? Er baut ein Stargate. Nein. Chef Roll 1, abgehend. Das ist ein verkappter Stonehenge hier. Aus Holz. Ja, unter anderem. Stargate. Aus Holz. Du baust einen Baum. Du baust einen Baum. Gib dich zu. Ja, mit Stein. Nein, also Holz und Stein. Alter, Wasser als Baum geht. Ja. Und wenn du Wasser spürst, ist es Watergate. Hahahaha. 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 Oh nein. Oh nein. Hahahaha. Hahahaha. Obwohl, der war gar nicht mal so schlecht. Hahahaha. Der war schon gar nicht mal so schlecht. Der war nicht schlecht. Das stimmt. Hahahaha. 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 Ich geh mir zu meinen Tieren. Oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh. Das Liefi fühlt sich ganz allein. Nein, ich weiß nicht, wie alles wird gut. Ach, das ist ja blöd. Ja, finde ich auch. Ne, das meine ich nicht. Oh, schade. Hätte ich sein können. Das ist ja kacke. Was denn? Du kannst Lockwood nicht unbedingt als Stützpfeiler nutzen. Warum nicht? Ja, guck doch mal zwischen die Pfeiler. Guck, guck! Genau, du kannst nämlich durchgucken. Das ist ja blöd, wir haben kein anderes Holz mehr. Oder hast du noch Crackwood-Bächen? Ja, ich hab noch ein bisschen Crackwood. Anke, wie viel hast du denn? Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, ich glaub fast 6,99er Stacks. Oh, gib mir mal so. Oh, der ist nicht Crackwood her. Wo hast du die denn? Ich komm hier hin. Komm her. Also nicht alle. Alle brauch ich nicht. Komm her. Jetzt mach ich jetzt hier. Kack jetzt hier hin und wo er ist. Ja, komm. Brauchst du ne Stuntbombe? Nein. Guck, hast du das gesehen? Jetzt bin ich ihn durchgefahren. Der Sock. Dank. Die Arsch. Gibt das eine Mühle? Ja. Ja. Gut gehalten, gut gehalten. Ich würde mich jetzt gerne mal in einer Mühle versuchen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ja, und wenn er das geschafft hat, baut er ein Schiff. Du bist der einzige, der noch kein Schiff gebaut hat neben dir. Ja. Stimmt, du hast recht. Verdammt. Ich wollte kein sagen. Ich hab auch noch kein Schiff gebaut. Ich wollte kein sagen. Ich hab auch noch kein Schiff gebaut. Weißt du, alle sind froh, wenn sie kein Schiff bauen müssen. Und sie hab auch noch kein Schiff gebaut. Ich werde auch kein Schiff bauen. Vorsicht, da steht er neben. Das grad war noch im... Was? Hallo? Es ist weg. Es ist weg. Ja, ist doch gut. Es ist... Es ist... von mir gefallen. Ich stand dann und weg. Ja, ist doch... Oh, Liefis. Äh, Kia? Ach nein. Ich brauche Liefi, weiß. Du könntest mal neue Adobe Bricks machen. Okay. Och nein. Mach ich nicht. Will ich nicht. Muss ich ja arbeiten. Das hab ich nie gesagt. Ich hab nur gesagt. Es hat sich aber so angedeutet. Ich beschwere mich zwar immer, aber ich mach's trotzdem. Ja, so gut. Die ist denn da? Na, so beschwere dich nicht. Haha, hier muss keiner sein. Da ist er jetzt ruhig. Hahaha. Ich hab mit den imaginären Finger auf ihn gezeigt wahrscheinlich. Ja, ja, natürlich. Und sag du, du, du gemacht. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Du? Das auch. Danke für die vier. Jetzt. Ich hab mit den Augen. Achso. Ähm, welchen? Ja, ich hab noch Quellcode wollt. Ja. Genau, ich brauch noch ein bisschen. Also, vielleicht noch so ein, zwei Stacks. 99er. bevor du mir wieder nur zwei Dinger dahin kackst. Danke, reicht. Ja, man muss ja jetzt hier neuerdings, ne? Genau sagen, was wir wollen. Ja, so sieht es nämlich aus. Was tut du denn da? Was? Ja, irgendwie funktioniert das nicht so. Der Übergang ist irgendwie ein bisschen doof, aber ich versuch mein Bestes. Okay, viel Spaß dabei. Ich bin woanders. Hauptsache weg. Was hast du jetzt gesagt? Ja, oder so. So geht das auch. Oder da auf die Treppen. Zehn Sekunden können so lang... Was? Zehn Sekunden können so langsam... Ah. Du warst auf einmal weg. Ja? Nein. Nee, nicht gut. Ja, ich glaube so geht das. Ist nicht perfekt, aber hey. Egal. Das ist schon perfekt. Gibt es nicht. Außer Bärchen und ich. Mühlen werden doch nach oben hin schmaler, oder? Wären die nach oben hin breiter. Guck mal an, ob du eine moderne oder eine alte modische Mühle baust. Altermodischen? Oh geil, das riecht nach Sommerregen. Kennt ihr das? Das riecht so genial, finde ich. Was? Ich hab dir hier was hingeschissen. Ach, das riecht so... Ach, das riecht so... Sehr freundlich, danke. Sommerregen, ob ich denn... Miki... Kommst du bitte jetzt auf Sommerregen? Miki... Ich hab Fenster auf. Und es riecht gerade so rein. Es riecht gerade so rein. Ja, das riecht... Schöner Sitz. Kann man das so machen, oder nicht? Also reinriechen bestimmt. Nee, das meine ich doch nicht. Nee, muss er dann rausriechen. Wenn er innen sitzt, riecht er dann rein oder raus? Er riecht es her raus. Eins, zwei, drei, vier, eins. Wenn wir das rein, kommen wir raus. Aber regnet das denn? Weiß ich nicht. Nee, also ich riecht nicht. Ich sag, es riecht danach. Nö, also bei mir ist noch alles... alles trocken. Okay. Bei mir... Also draußen. Wohnen wir alle in derselben Ecke? In welchem Wettergebiet? Keiner. Das weiß ich nicht. Bestimmt. Wollen wir in selben Ort? Nein. Im selben Ort, ja. Also, ja. In selben Vorort? Nein. Nein. Du musst schon genau sagen, was du willst, Gerchen. Naja, man sagt ja Vorort. Gibt es auch einen Nachort? Das ist dann der Ort, der nach dem Vorort kommt. Das ist der Ort nach der Stadtmitte. Hatte man Zaun? Äh, 17 Stück, ja. Könnte sogar reichen. Der Neo hat den Zaun. Ähm. Bärchen? Ja. Was musst du jetzt nicht? Du brauchst dir auf dich zukommen, aber irgendwie warst du weg. Ja, 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 ja. Das ist die normale Connection von nicht. Das kann ja sein, aber es ist halt sehr auffallend, dass es jetzt erst das tut. Hier macht es scheiße. Dreck genug und da ist vernichtet. Liefi, bist du? Ne, wenn man so nach dem Liefi-Fiech ruft. Oh, hier connected das scheiße. Also, dass ich das so mache, ja, das sieht besser aus. Mh, 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 mh... Mh, mh, mh... Hm... nicht besser weg machen. Auch wenn das geil aussieht, irgendwie. Was ist denn? Ach, nix. Es funktioniert nicht so, wie der Neo das möchte. Nee, überhaupt nicht. Irgendwie. Diese fliegenden Tiere irritieren mich. Bummelumelus, bummelumelus! Was hörst du denn? Nix. Erstickst du? Nein, ich hab keine Verstanden. Was hörst du denn? Metal. Hardcore Metal, ja. Ich steh schon dran. Nee, das Metal. Ah, wie kacke ist das denn? Wie kacke das ist? Weiß ich nicht. Ja. Also die kacke wie die Connection haben wir auch. Mit dem Sound. Ja, aber das ist noch kackrieger hier. Kackrieger? Kackrieger. Das siehst du von hier aus gar nicht. Kackrieger. Jetzt neu, von Nestle. Der neue Powerriegel. Kackriegel. Von dem Beukler. Machen die überhaupt noch was? Ich hab die Werbung so schwedendig von denen. Doch, ich glaub ja, ne? Der Beukler macht noch was. Ja, nicht mehr da wo du bist. Also von hier meinst du, was ist das komische gelbe etwas, was wie scheiße aussieht? Ja, genau das. Kackrieger. Ja, das ist also Kackrieger. Okay. Und das da, was da... Nein, das wär jetzt böse gewesen. Das sieht scheiße aus. Ja, natürlich sieht das scheiße aus. Hab ich doch gesagt. Was ist denn mit Treppen? Hab ich nicht. Ja, mach doch welche. Kann ich nicht. Hast du nicht freigeschaltet? Doch. Aber... Ich hab hier einen Prozessor, um Slaps zu machen. Hab ich hier zwei Prozessoren, um Slaps zu machen? Hab ich vielleicht sogar Steine, um Slaps zu machen? Ich find ja gar nichts. Hab ich vielleicht sogar Holz, um Slaps zu machen? Hä? Hä? Der macht einen so fettig, ne? Dieser Moment, wenn man nichts mehr sagen kann, ne? Weil man merkt, verdammt, da hat jemand mehr recht. Hä? Hast aber keinen Twine hier. Aha. Hä? Das hab ich noch mit Kia gegeben. Hä? Wo sind denn? Hast du das Twine? Dach. 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 Ich stehe den Zeug da kaufen. Auch schön. Danke. Dach. 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 einmal 15 einmal 15 einmal 15 hat jemand 2 ja aber ich brauche gerade ich brauche auch nur vier treppen du schießt in einem neuen sack eigentlich nur zwei aber vier werden vielleicht sicherer ja warte lassen wir mal eben kurz was testen hier mit den treppen aber natürlich hast du treppen für mich ja im moment fertig nein brauchst du noch mehr briggs hier so viel säcke gekackt haben wir in der letzten staffel nicht oder vielleicht einfach nur steil und dann vielleicht in der mitte oder an den seiten steintreppen drin dann können zwar die holzblöcke in der mitte raus aber egal dieser moment wenn man alles fertig macht und hat sich hierher und dann merkt so warum habe ich da eigentlich steine hingesetzt hätte ich auch erde machen können ja oder warte mal aber nein 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 so selbst am rand statt der treppe in der mitte brauchst du eh noch treppen brauchst du eh noch treppen genau ja mit irgendwas wäre dann in der mitte noch geil tuch meinst du? ja ich würde die anderen nehmen ein steinzaun ne dann gebe ich dir die anderen treppen die ich noch habe auch ne ok brauchst du die steps noch? ja die steps brauche ich dann jetzt habe ich extra einen prozessor mit stone rot hier gemacht und naja scheiße dann habe ich hier kann ich mir die steps die hier drin sind rausnehmen ja klar kannst du das aber darfst nicht jetzt zu spät was hattest du denn jetzt bärchen? ach diese verdammten slips ich vergesse mal dass das ein block ist hat noch jemand zufällig einen tisch und hast du nicht gesehen? einen tisch und hast du nicht gesehen? leider nicht die tür kann ich dir anbieten warte mal ich versuch's mal anders das bärchen kommt im stimmenbruch ja 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 er ist männlich ich glaube da bin ich nie so wirklich reingerutscht ich auch nicht wirklich glaube ich ne ich habe schon immer diese geile stimme das kann ich jetzt nicht beurteilen ich kenne euch vielleicht kannte euch nicht als sie klein waren aber ich habe Babyfutter also Kinderfotos gesehen aber ich habe Babyfutter gesehen aber ich habe Babyfutter gesehen ja das ist toll das haben wir auch schon mal im Laden gesehen ja ja hab ich das richtig verstanden? das wollte ich schon zur Patch Notes Folge fragen dass die dran sind dass sich ein paar Sachen connecten? ähm 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 kann sein weiß ich nicht da krieg ich doch nichts mit nein ich habe mir die Patch Notes äh nicht durchgelesen ich auch nicht deswegen weiß ich nicht aber kann sein dass du das steht das eigentlich irgendjemand durch? ja Martin 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 wenn du das weißt schreib's gut nein die Jutsi weiß das auch dann schreib sie Jutsis unter den Kommentar genau dann wer ist zuerst weiß dann wer ist zuerst weiß das weiß ich glaube das kann man so anbieten obwohl ich das mit dem hier und mit dem hier nicht so toll finde das sieht auch scheiß aus ja kein Matt mehr sagt's einfach so danke so warum nicht? das ist gut ich bin mir nicht so ich bin mir nicht so wie 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 wo kann ich das vielleicht bauen ein Pibbles ist ach ne doch nicht ein Pibbles? jaa ein Pibbles Doch das ist gut so mit den Slaps und den Iron-Dingensbums-Zaun da. Boah, das ist doch meine Idee. Ach ja, ist ja gut. Habt ihr das mitgegeben? Das musste ja Tanja sagen. Tanja, sag du mal mal mal. Tanja. Wusstet ihr, dass man auf Slaps, die verkehrt rum sind, keine Pits machen kann? Hä? Wie auf Slaps, die verkehrt rum sind. Ja, dann rutschen die Person hier. Ich will jetzt auf diesem hier, der hier vorne ist, ne? Auf den ersten hier, ja. Möchte ich jetzt einen Slap machen. Einen Pit? Ja, meine ich doch. Ich ziehe hier an und weg. Mhm. Und auf dem dann drüber geht's? Ja, okay. Meinst du, die verkohlen, wenn die hier so durchgehen? Nein. 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 Aber ich glaube, so kann man das anbieten, ne? Ja. Obwohl, vielleicht nur hier einen und da noch einen. Oh, äh. Oh, äh. Oh. 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 so weit okay jetzt ist es soweit Das ist ein allgemeiner Begrüßung beziehungsweise Freudensruf der Kodiak Bären. Du kannst also fremdbärisch. Was hast du gesagt? Du kannst also fremdbärisch. Ja, wir Bären können alle Bärensprach. Achso. Von Natur aus. Von Natur aus. Ist schon bei uns drinnen eingeboren. Das ist einfach so. Eingeboren. Ja. So instinktmäßig halt, ne? Wir können das einfach. Genetisch. Ja, ja. Das machst du jetzt hier drauf. Ähm, Kia? Ja? Wo bist du? Weg. Hier. An deinen Viechern. Im Stall? Ja. Bärchen? Ja. Wo siehst du die Little Mist gerade stehen oder sich tummeln? Bei dir. Danke. Hahaha. 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 Du stehst hier an der Mühle. Jetzt springst du. Ja, jetzt springst du. Flieg mal. Hahaha. 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 Jetzt hat er dir das gleiche, was ich auch habe. Ja, genau. Hahaha. Geil. Hahaha. Das ist geil. Ich stehe auf dem Dach. Nee, du stehst hier vor der Mühle. Und dann stehe ich mit angegriffen. Hahaha. Hahaha. Ja, schön. Äh? Hahaha. Jetzt baut sie hier? Hä? Hä? Also du stehst immer noch hier bei uns, ne? Also du stehst hier, wo wir jetzt stehen. Da stehst du. Genau hier. Nein. Ich laufe um euch herum. Achso, deswegen hast du gesehen, dass sie da was gebaut hat. Richtig gern wäre es, wenn sie jetzt ganz woanders wäre und da was gebaut hat und das dann hier kommt. Ja, ne? Ähm, bekloppt, ey. Ach ja schon. Bekloppt doch. Ja, ne? Oh. Nur gucken, wie wir weiterbauen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Nicht mehr heute. Es hänge wieder. Benedikt mal hängt. Jetzt ist die Frage, bei wem ist das Problem? Du, das kann auch ein allgemeines Serverproblem sein hier bei Creativerse. Ja. Dass es jetzt einfach so ist, dass wir jetzt viel hatten. Weil wir hatten ja... Genau. Wir hatten ja schon viel hier bei Creativerse, aber das hatten wir auch noch nicht. Ja, das stimmt. Du, das zweimal jetzt. Ja. Ja, dann... Warte, ich will nur noch was zu Ende bauen, dann können wir gerne was machen. Sehr gut. Ich glaube, mit den Steinen sieht das besser aus als mit Gras. Ja. Ja, das tut's wirklich. Ja, ne? Ja. 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 Das sieht besser aus. Dann könnte ich natürlich noch hier überlegen, ob ich hier noch tre... Ne, da kommt hier so ein doofes Loch. Da lassen wir uns immer so. Ja, genau. Ja, genau. Da ist ein Virus drin. Jetzt ist es tot. Ähm, stehst du grad mit mir hier drin? Ja. Ich seh dich nicht. Ja. 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 Ja, wo ich stehe. Ja, wo ich stehe. Also... Hup. 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 Tschüss. Tschüss. Ich bitte mit ihr, ich stehe jetzt auf dem Dach. Nein, wir sind in der Scheune. Wir sind immer noch in der Scheune. Hä, hast du die Tür gerade gerade weg? Die Tür ging... Nein. Äh, hier Spuk. Sie, jetzt haben wir auch noch Geister. Hahaha. Hahaha. Okay, ich beende mal das Ganze hier. Beende mal den Spuk. Das war die heutige Folge von Kreativer Seen. Abonnieren und Liken nicht vergessen. Über Kommentare würden sich die drei sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Tanja. Die Ansage trulalala. Lass mal die Fische in Ruhe. Ich habe einen Pebbles vom Dach geschubst. Wo ist das zweite Liefi hin? Weiß ich doch nicht. Sieht doch nicht so rum. Liefi ist weg. Liefi. Können wir bei... Liefi ist schon wieder weg. Die Biefi hat mit. Die Biefi... Die Biefi muss mit. Ich weiß nicht wo ihr seid. Hier. Hier. Für mich steht ihr hier an der Scheunemühle. 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 Oh Gott. Sie ist schlaft. Ja. Jetzt sagt sie nichts mehr. Hau mich auch noch mal, Bärchen. Was? Ich habe dich nicht gehauen. Hau einfach so. Was macht ihr da für Spielchen? Keine Ahnung. Ich bin noch niemals bei ihr. Ne, eben nicht. Ich stand gerade vor deiner Figur. Die dachte sie hätte mich... Ne, hier war ich. Das war ich. Du hast genau geschlagen, als ich... Als ich... Als ich... Als ich... Lachen wir mal Timing. Ja. Welche Kia baut denn das nächste Mal hier ein kleines Schiffchen hin? Welche Kia? Hallo? Kia? Hallo? Kia? Hallo? Warum sagst du denn nichts? Weil ich mich ein System möchte. Ja. Gut. Dann sag ich mal... Ja hier. Weg. Dann sehen wir uns am Dienstag wieder ihr Lieben. Hoffentlich. Sehr gut. Stimmt. Ihr wisst aber auch nicht wo ich bin, oder? Können wir schneller rausfinden. Wir töten dich jetzt einfach mal gucken, wo dann die... die Uhren hinkommt. Oh 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 oh. Nein, das machen wir nicht. Nein. So. Ich zeige euch auch töten. Jetzt sehen wir uns am Dienstag wieder. Genau. Okay. Bis Dienstag und Tiess. Tschüüüüüüüüüľ. Tiess.